Komm, 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 komm! Zack! Ah, schön gelandet. Jemand ist schon am Safe gewesen. Die einzige Frage ist jetzt, wer ihn geöffnet hat. Sehr gute Frage. Kein Zeichen eines gewaltsamen Eindringens. Wer immer hier reinkam, kannte die Kombination. Mal sehen. Gut, Dr. Young hat die Aufzeichnung vor Joker gehabt. Sie hat sie irgendwo versteckt. Ich folge ihr und finde raus, wo sie sie aufbewahrt. Er denkt einfach. Okay. Äh, das wird's wahrscheinlich sein. Achso, wir sind ja hier gerade. Black Mask. Äh. Ah, da haben wir... Na! Hallo. Hallo. Ach, Leertaste war's. Höhöh. Okay, so können wir natürlich jetzt auch die Unterlagen besser finden. Abgeschlossen. Sehr schön. Oracle, ich bin Dr. Young auf der Spur. Ich hab den Scanner so eingestellt, dass er nur die aktuellen Fingerabdrücke zeigt. Folge ich denen, finde ich sie oder die Aufzeichnung. Ich hoffe, es klappt. Nur, dass du's weißt. Das GCPD hat im Zentrum eine von Jokers Bomben gefunden. Sie war voller Marzipan und Kätzchen. Wie ich dachte. Das war nur ein schräges Ablenkungsmanöver. Die richtige Action gibt's in Arkham. Ja, und Batman will die Action nur für sich alleine. So. Kommen wir denn jetzt so raus? Nö. Och Gott, müssen wir den ganzen Weg zurückgehen. Haben wir noch ein Rätsel eigentlich hier zu lösen? In... ... ... Zack. Korridor des Ostflügels, Arkham Archiv, Büro des Anstaltsleiters, Tonband, 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 Riddler-Trophäe, Riddler-Trophäe, okay, drei Trophäe muss ich auch mal noch finden. Wui! Aber ich glaub, es gab doch eine neue, äh, neue Charakter-Biografie. Genau. Black Mask. Nachdem dem mysteriösen Feuertod seines millionenschweren Eltern erbte Robert Sinsen ihr Vermögen und führte ihr Kosmetikkonzern an den Rand des Bankrotts. Als ihn Bruce Wayne durch den Aufkauf des Unternehmens vor den Ruinen bewahrte, schnitzte sich Sins aus einem Fragment des Ebenholzsarges seines Vaters eine Maske und begann seinen Rachefeldzug. Als sich die Maske nach dem Gefecht mit dem dunklen Ritter in sein Gesicht brannte, wurde aus dem Roman Sins der Bösewicht Black Mask. Heute ist Sins einer der gefürchtetsten und mächtigsten Mafia-Bosse der Stadt. Okay. Nein. Ach. Roman Sins, Berufsverbrecher Gotham City Braun, Kare Keine, 1,86, 88 Kilo. Vorliebe für Masken, Hass Badman und Bruce Wayne. Hoch! Gesicht ähnelt einem schwarzen Schädel, gefürchteter und mächtiger Mafia-Boss. Für seine beiden Pistolen berüchtigter Scharfschütze. Okay. Ja, also man kommt hier wahrscheinlich nicht so drauf, wenn man entweder nicht alles untersucht, oder man ist... Oh. Oder man kennt sich mit den Größenwichten von Badman aus, oder mit rein. So. Komm schon! Das wird weg. Ich werde meinen Namen in dein Gesicht schnissen. Hallo? Ist... Ich sehe nichts. Naja, hat auf jeden Fall gesessen. So. Ähm... Ah, ein Tonband. Patientengespräch Nummer 6. Dr. Crane ist seit 6 Wochen wieder in Haft. Reguläre Sitzungen verliefen ergebnislos. Ich bin nicht sicher, ob er wirklich wahnsinnig ist. Guten Abend, Steven. Wie geht's dir heute Abend? Ich führe die Sitzung durch, Jonathan. Natürlich. Wenn dir das bei der Bemädigung hilft, ist es das Beste. Lass uns über die Ereignisse vor 3 Wochen sprechen. Was hast du geglaubt, dass du erreichen würdest? Dr. Murphy ist immer noch intern. Ich wollte ihn verstehen. Seine persönlichen Dämonen, seine Ängste. Das ist alles wirklich sehr faszinierend. Aber Sie sind... Sie waren ein angesehener Arzt. Ein glorianter Gast. Und jetzt nur ein weiterer Insasse im Arzt. Kann ich einen Drink haben? Einen richtigen? Solche Fragen langweilen mich. Ich fürchte nein. Interessante Wortwahl, Doktor. Wofür fürchten Sie sich denn? Ei, ei, ei. Okay, da haben wir schon mal ein zweites Band. Aber ich fürchte, wir haben viele Bänder verpasst. Äh, wo komme ich eigentlich jetzt hin? Achso, ich muss ja den Finger abdrücken vor allem. Hö, hö, hö. Direktivmodus. Korridor des Westflügels. Wow. 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 Da lang, da lang, da lang, da lang. Von Windows Live getrennt. Warum das denn jetzt? Ich hoffe, ich kann jetzt noch speichern. Okay, hier lang, hier lang, hier lang. Da lang. Und jetzt? Ah, hier haben wir was. Okay, die ist offenbar hier hingelaufen. Also hier waren wir schon ganz richtig. Ah, Südkorridor. Jawohl. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist sie jetzt hier rein oder hier raus? Ah, da haben wir's. Oracle, ich habe Dr. Youngs Formel gefunden. Gut. Heißt, dass du hast Joker gestoppt? Es ist nie so einfach mit ihm. Ah, so. Formel ist vernichtet. Was hast du da, Batman? Nein, nicht die Formel. Was macht...